In welchem Lande befinden wir uns? Grazie ragazzi! Irgendwo in südlichen Gebieten. Ich weiß nicht genau wo. Bella Italia. Das sind Berge durch Wasser. Ich weiß nicht, ob es am Meer oder das ist Lago di Garda. Auf jeden Fall machen wir heute schon da beim Bike Festival. Mit Bike Flipp. Und jetzt gehen wir uns das ganze mal anschauen. Wie haben wir hier raus? Schaut vorne aus. Echt geil. Warum sind wir jetzt hier genau um diese unchristliche Uhrzeit? Weil ich unbedingt noch ein bisschen den Parcours fahren wollte. Ich hatte leider wenig Zeit, den Parcours mal auszuprobieren. Und deswegen will ich mich ein bisschen einfahren. Und jetzt ist es geil, dass wir so früh da sind und das mal ganz so ein bisschen auschecken. Ich bin so scared of this shit. Wir sind weit zu lange. Das geht schon. Bis auf dem Job haben wir jetzt alles durch. Ich wusste, dass er es machen würde. Willkommen. Was filmen sie? Staffel 2 droppt natürlich Ende des Jahres. Hoffentlich. Deswegen haben wir natürlich ganz viel von dem Bad Boy. Aber wir nehmen immer noch ein bisschen was extra mit. Für die Dokumentary Vibes. You know how it is. Grazie. Wie geht's dir? Nicht schlecht. Unbeschreibliches Gefühl wieder weg in Business zu sein. Von den ganzen Jungen. Vor allem macht es echt Spaß. Wir haben mit BMX dabei. Wir haben mit Andrea dabei. Das ist echt eine coole Mischung. Das ist geil. Mittag Tag. Ready. Sandy! Das ist eine richtige Entscheidung. Die Kälfte wiederösen sind. Wir sind bereit zu sein. Wir sind für die��! Einmal noch nicht wirkt. Der ist ein passende Be KRONCH. Wir werden noch nicht mehr von uns zu sein. Wir sind bereit, die Kälfte einigen. Ungehebbar. Der Kälfte zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wow. Und hier ist ein Sugarbiddo. Aire. Aire. Gut passiert. Airepäck bläst nicht auf! Du bläst dich gleich auf, Alter. Das Airepäck bleibt hier ein bisschen. Nein. Ich bin der Master des Dörts. Alles auf Kamera, das ist immer ganz schlecht. Airepäck! Gefährlich, da geh ich schon wieder! Jetzt haben wir was gegraut. Management getrobt. Oh 1 Runde hat es gehabt mit 8,8 Sekunden. Ich glaube 8 hat noch keiner gehabt. Das ist so witzig. So trackig. Geil ist das Ganze. Wann fahren wir eigentlich? Jetzt. Anziehen. Oh, yeah. How you gonna stop this rain when I got this lane all locked in chains? Oh, yeah. You can never stop this train. Not a lot tonight, this thing. Alright, alright. Little bit of wisdom till you take time on it. Hey, you little hater, will you see? You say that I couldn't, but I did. I called it. You should know exactly what I mean. Mama told me I should be the best I'm on it. I got my ambition from a G. And when you're still living, you don't waste time stalling. If you're still rolling, you agree. Meditate. Put the pain away. Keep your head up and never hesitate. Meditate. Put the pain away. Keep your head up and never hesitate. They cannot stop us, they cannot stop us, dog. They cannot stop us, they cannot stop us, dog. Und jetzt sind wir beim Formel 1 Grand Prix Monaco dabei. Da nehmen wir euch mit. 7 1 2 2 3 3 3 4 4 3 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017